5 Sekunden, der fängt von 3 an zu zählen. Ja, die haben gerade Handtags 6 da hinten. Ich habe schon mal eine Frage. Waren Sie das, der gerade die Ansage mit dem Überfall gemacht hat? Nein, warum? Weil Ihr Kollege dann nicht zählen kann. Also er hat gesagt, ich gebe dir 5 Sekunden. Aber ich habe den eigentliches. Waren Sie deineninhas아apolis? Lil, lo, lo, lilla, lo, lillaLlo, lo, lo. Laaaall. Loaall. Oh, oh, ich glaube, hier ist jemand gestorben. Aber jetzt mal ehrlich, ich hätte gerne ein paar bunte Rauchgranaten, wenn das geht. Schnapp, 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 da kommt der Helm, ist wieder geflogen. Ich möchte auch so ein Raketenauto haben. Ich hätte gerne ein paar bunte Rauchgranaten, bitte. Warte, du sollst es nochmal machen, ich konnte es gerade eben im Stream nicht sehen, das Raketenauto. Kommt nochmal vorbei, kommt nochmal vorbei. Ich nehme tatsächlich gerade auf, also easy. Oh, da hängt ja alles. Denkt ihr das Spiel, BDQ? Ja. Ey, Schwäbi, geil. Sehr gerade zum Mami-Ding. Beide, du auch. Guck mal, guck mal zum Hunter. Ach, das war aber nicht der Plan. So, komm, wir machen den. Ey, Meister, fessel ich euch nochmal, den machen wir nochmal frei. Oh, ich bin hier gerade. Ich bin hier gerade. Ich bin hier gerade. Wir spielen jetzt zusammen im Netz, okay? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Erklär mal, erklär mal die Regeln bitte nochmal, ja? Erklär mal die Regeln bitte nochmal, ja? Erklär mal die Regeln. Erklär mal die Regeln bitte nochmal, ja? hab man nicht gehört, Kalli ah, miss, fantastisch wie bitte? Kalli ist voll der nette süße Boy ich hätte da Strumpfhoden Hilfe! Kann ich komplett Locken machen? Aiiiii! Oh weh, du fasst meinen Arsch an! Ich wurde überfallen! Was machen die mit dir? Ich sitze hier in dem Auto drin und der Elekt gibt gerade Raketen Schuhe Ich möchte so ein Helm mit so einem Farbenwetter haben Ich bin automatisch release-voll Das ist wirklich schade Dankeschön Ja, ich stelle hier drei Fragen Jedenfalls schutz ins Knie Das ist aber unfair, weil bei Arma der Bug ist, dass wenn du mit dem Fuß schießt, dass es One-Shirt ist Aber egal, mach mal süßer Ja, Fuß ist One-Shirt Das ist ein Arma-Bug Loll Ich mache das Knie Ich schieße ja nicht mit dem Fuß Ich schieße das Knie Alles klar, in die Nase Ich schieße alle in den Boden Die sind groß, da passt viel rein Wer ist der süßigste Support oder der süßigste Fan? Du? Ich habe deinen Namen vergessen, Simon, keine Ahnung Ich kriege mit T an Titten Aber ich habe alles auf, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es Boah, okay Zucker Zucker Okay Eisen Welcher Eisenschmiede? Das ist der beste Schmerz bei ihm Richtig Eisenschmiede Richtig gut, oder? Kriege ich Eisbalone und ein paar bunte Rauchgranaten? Kann ich leider nicht sagen, ich bin ja seit einer Woche hier bei euch in der Region Oh, das haben wir nicht Alter Nein, das passt Julius Ich habe mich selbst gehalten, ich bin selbst gehalten Alles klar Oh, das geht einfach mit, wenn ich sagen Ja, ich bin selbst gehalten Bitte nicht wieder meinen Arsch anfassen Hallo Tja, ich bin wieder mit dir an Hahahaha 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 Hitzen Steige in den Balz Dreh den Swag Không The announces It's kind Man spricht noch auf john jagen wir werden starten By the way He say Der wird steigend lacon Sop ası Der wird graben hay Es Explain auch von dkp ich würde mich hier nicht festhalten hallo ich bin auch noch da dankeschön mir wurden wir wurden bunte mir wurden bunte rauchgranaten versprochen alles klar der panzer mit geschütz das ist der jet echt es gibt ein jet ah ja stimmt stimmt deine mama das war mein knie erstmal schmerz er hat mein schmerzmittel genommen jetzt hat der kollege jemand der noch wieder dabei ist so was hast du dann für den verband ich darf fragen stellen okay alles klar warum hat dein hund nicht angepinkelt irgendwas mit armer bezogen welche waffe habe ich auf dem rücken darf ich ihm jetzt ins knie schießen ich habe nur auf die füße geschossen hier waffe liegt da wieder ich esse kein fleisch tatsächlich noch nicht er will einen Donuts mal hier ich hab das jetzt bestimmt ich hab noch zwei Donuts Dürfte ich einmal Ihren Ausweis sehen bitte? erstatten Sie mir eigentlich auch das Geld für die Ausrüstung wieder? lol krieg ich bunte rauchgranaten? was macht eigentlich die polizei im rebellen akku? ich glaube hier liegt ein fehler vor weil wir rebellen sind was ist tun jetzt? oh gott nicht schon wieder nein ich hab den iLeave iSig 50 Watt Akkuträger und das bei Atlantis ja ähm den iLeave hatte ich auch in der 30 Watt Variante Atlantis haben Kollegen von mir ähm das ist jetzt der boah es leckt einfach nur ähm das ist das ist das ist ja der Joytech Mini mit dem Zephyrus V2 mir wurden Rauchgranaten versprochen ich war jetzt erstmal in Halo Gump ja wir wissen nicht wo kommt ich wurde gerade sogar von denen entführt und dann getötet nein danke ich muss morgen definitiv erstmal den Bottrich einstellen ja kann ich ja kannst du das oder? jaja ja bad vehicle type ok oh hallo ich komme geflogen schönen hallo